da wieder großer so weiter gibt es den armen sie so haben sie habe ich schon mal einmal erwischt war schön wieder hier brennen ich finde der klingt dann auch immer moment wie so ein besoffener vater dass seinem kind in der grenze ich weiß ich muss dachte ja ich habe auch noch mal nachgelegt irgendwann müssen wir mal die leuchten noch mal irgendwie noch mal ich bin vergeben gott sei dank ist es tot wir kommen ja da wo ich dir jetzt kommt festung ja bin auf dem weg hat mit habe es übrigens probiert mit der leuchten also wie viel ich noch ab drei oder so deswegen meine ich ja wir sollten die auch mal wieder aufladen gehen also mal was sammeln ist aber ja die nächste auch gut bei mir macht irgendwie noch geräusche jetzt nicht mehr baby ist das ja das war kein baby doch hier ist irgendwo ein baby das war tatsächlich gerade kein baby das war immer noch sie ich sehe das baby ich fahre mal hier ein bisschen weiter ich höre schon wieder ein riesen ich habe gerade gehört hat dieser geht weg gesagt ich habe das kalte finger am nacken hättest du sie lieber an anderen stellen oder was nein baum fällt achtung leute es ist ein riesen ich bin ich bin ich dann hier auf einmal dreht er sich mit in der animation und fällt auf dich zu ja geil ich habe da was mitgebracht oder ich stehe doch darum entschuldigung na gut ich jetzt nicht mehr ja oh ein brennendes arm sie schon wieder einer da ja ja ich ziel schon drauf mit der leuchtpistole aber es brennt ja noch ja aber es ist tot es brennt noch ich bin jetzt voll mutiert hier wie man gerade wie beim audio kniebuffet alle drauf das ist noch heiß und brennt noch und alle drauf jetzt ist wenigstens mein nadelstreifenanzug komplett geschützt ja das ist ja gut scheißanzugträger denkst du mir was besseres kapitalist ja was ja ja jetzt klaut man die schokokekse das waren meine schokokekse die habe ich bezahlt das war ich ja nicht gerichtet da hinten du hast was du hast was ich esse ja auch nicht deine nudeln und so weg nö hehehe meine gegner so wie das noch nicht dazu gekommen um was zu machen eigentlich wollten wir ja irgendwie mal wieder ein bisschen laufen also so ein bisschen ich warte nur drauf dass ihr mal sagt es geht durch das ist egal wie gesagt ich richte mich tatsächlich auch so nach der mädels wenn die da wie sagen wir wir wollen weitermachen ich guck mal gerade so ein bisschen auf die Ruhe wie weit wir mit der folge sind dabei sollten wir hier eben die baumstämme weg machen und dann können wir gleich dass sie wenigstens verbaut sind verbaut sind ja da kommt übrigens wieder nachschub also da ist es gerade wieder bei markus hinter dir das war ein bisschen was ja das war ein bisschen was essen ich find's geil wie das viele mich angreifen will und mich einfach irgendwie irgendwie und ich gehe einfach vorbei rennen verstehen wir doch ich muss vielleicht was essen ja keine Ausdauer mehr so es ist tot guck mal auf einmal haben wir uns gestattet 800 baumstellen wir jetzt auf einmal nur noch 474 ja ich habe die bahn erstmal wieder ab ach so das ist die bahn die bahn ist erstmal weg so ich dachte ich weiß genau erst mal wenn alles gebaut ist wo man die am besten hinsetzt mhm ich habe noch zwei rüstungen und dann bin ich hier auch voll damit ich habe ja leider erst vier und wir werden noch sechse also ich bin voll mit rüstungen ja ja sagt man dann rüstung hier guck ich bin kondomisiert alles voller Mutantengummi ja 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 mutant Mutant scheiß Mutant ha ey Du bist ein Mutant, du bist ein Mutant. Ich geh weg. Oh, das ist Markus. Das ist alles gleiche, ich versteh das schon. Kriegst du da irgendeinen Schaden durch, wenn ich dir jetzt einfach mal die kurze Maräte in meinen Kopf ziehe? Ja, ich glaub schon, ja. Hast du mir jetzt den Bauchschonf der Nase weggeschnappt? Das ist ja nichts zu glauben. Ja, unglaublich. Ich wundere mich, dass du da Schaden zu kriegst. Eigentlich ist er ja... Ja, aber das hat man doch schon mal festgestellt, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert mit dem Keinen Schaden durch BVB. War hier nicht das Tor? Ah, doch. Ah, ist die kleine Tür, okay. Ein paar Gegner müssen wir auch mal auseinanderpflücken für die Arme, Beine und Köpfe, ne? Für den... Für die Gleiter, ne? Hier läuft uns wieder was rum. Und auch für die Totems. Hier ist ein Häuptling oder was auch immer. Ich bin mal ganz kurz AFK, aber ich bin auch im Haus, also im Gebäude, dem ich hier da verfolge. Der ist tot, jawohl. So, dann nehmen wir mal das Bein mit da, und das war das auch kriegen. Ah, ich hasse, dass er die Tür nicht aufgeht. Jetzt. Ich brauche eine Hasenfelle. Wo wollen wir denn als nächstes überhaupt hin? Was haben wir denn noch? Also, die andere Axt ist direkt unter uns. Die Höhe, unter Wasser. Ach, diese rostige Axt, oder? Ja. Kann man machen. Wobei, es ist jetzt gerade eh dunkel wird, ne? Aber es ist an der Höhle sowieso egal, ne? Ja. Das ist ein Mäupte. Ich rette nochmal kurz das Spiel. Ich hänge mal kurz den Hasen drinnen. Oh, kurz. So, jetzt mach das mit dem Springen nochmal. Hallo? Ach so, ich bin da wegen Blut überströmt. Hier konnte man eigentlich mal eine Treppe runter ins Wasser machen, ne? Und hier auch wieder raus kann, ne? Oh, man. But I don't get into, ne? Wunderbar, wir sind dabei. So, vielleicht haben wir immer noch was zu essen aufs Feuer. Da ist schon was drauf. Warte mal, ich lege mal was drauf. Das war so schnell fertig irgendwie. Jetzt liegt da unten ein Hase drauf. Den musst du nur fertig machen, weil der muss nur warten bis fertig ist. So, bin wieder da. Ist das jetzt hier die Höhle, die hier im Wasser ist? Ja. Okay. So, wir können dann von mir aus dann gleich los. Sabrina, dein Hase ist fertig. Am Feuer. Ja, danke. Ach, nicht anziehen. Wie gesagt, tickt euch ein. Ich brauche trinken, was zu trinken, ne? Ich glaube, ein paar Sodas sind noch im Haus. Hier hinten. Hier. Aber dann, oh, da ist wunderbar, das nächste noch da. Wo ist denn die Höhle genau? Also ich habe sie nicht eingezogen. Ja, deswegen. Sie ist hier. Ich habe sie. Ach, da. Okay. Ich bin noch schon auf dem Weg. Wir sind schon da eigentlich da. Also, wir sind da gestreckt auf einer Höhle. Uh, da ist irgendwas groß und sauer. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier... Weiter da. Ja. Dann können wir, wa? Ich muss nur schnell noch das Tauchgräb anlegen und dann... Ja, ich muss auch noch mal raus das Tauchgräb anlegen. Weil irgendwie will der mir das gerade nicht antun. Hat er das nicht mal eine Zeit lang automatisch gemacht? Mit dem Anlegen? Oder war das nur am PC? Keine Ahnung. Aber ich würde es lieber nicht riskieren. Ihr seid schon wieder runter, oder was? Ja. Ja, super. Ich sagte doch gerade. Moment warten. Wissen das? Einfach genau vor dem Steg nach unten. Vor dem Steg? Am Hausboot, oder was? Ja, genau. Ist da irgendwie eine Möglichkeit, um den Weg da unten? Ah, hier unten, die Seite runter seid ihr irgendwo. Mein Gott, er war ganz schön weit, ne, zum Tauchen. Findest du den Eingang, Kev? Nein. Warte, ich komme gleich nochmal zurück. Ich leg nochmal eine neue Flasche an. Wartet ihr kurz hier, ihr beiden? Ja. Ich lege nochmal hier eine neue Flasche ein. Ich kann eh nicht runter mit. Wieso? Weil ich keine Flaschen mehr habe. Kann ich ihm nicht eine geben? Ich weiß das nicht, ob man die auch abgeben kann. Ja, ansonsten müssen wir erstmal wieder zurück. Dann müssen wir neue Flaschen sammeln und... Aber warte mal. Ne, ich hab noch. Ich hab noch. Ich hab noch. Alles gut. Ich hab noch zwei Flaschen. Die waren noch nicht eingebaut. So, die Frage ist... Alter, das war so lange Strecke, ey. Wo seid ihr denn durch? Also ich seh, wie sie... Ich komme doch schon zu dir. Aber irgendwie hier. Doch hier. Ja. Ich hol dich schon, Kev. Ich seh nur die, meine Mädels. Aber ich seh deine Namen zu zeige nicht. Das ist das Problem. Ja. Du bist direkt davor sozusagen. Hier bin ich. Ja. Ah, hier unten. Die hab ich überhaupt nicht gesehen, die Ecke. Okay. Alles gut. Jetzt hab ich schon... Ich hab gerade noch zwei Dings. Aber wir sollten mal auf jeden Fall auffüllen. Ja. Wie gesagt, wir müssten dann auch mal Sodass und Medizin und all sowas holen. Das wär wichtig. Ist fast nichts mehr am Haus. Dann einfach gerade tauchen, ne? Zu den Mädels. Konsequenziert in den Schriften. Okay. Einfach geradeaus. Dann müsste es irgendwo dann nach oben gehen. Ganz am Schluss. Das wirkt aber irgendwie voll lang. Dabei ist es aber gar nicht so lang. Dann film ich wohl gleich noch drei Sachen, ne? Und die Axt drin. Ich bin sofort da. Da ist noch irgendwie in einem Dorf ein Foto. Jetzt ist gerade ein Foto gewesen. Ich weiß, was hab ich poste. Oder wenn ich direkt Alkohol kommt. Scheiß drauf. Wo ist hier ein Foto? Auch da. Hier ist ein Foto, wo ich stehe. in dem. Ja. Ja. Ich hab's auch angezündet, aber ich seh das Feuer, aber nichts brennen. Und es wird mir auch nicht warm. Also ich kann es auch anmachen, aber es passiert nicht. Also das ist bei mir ein Unterschied. Ich bin... Es wird warm dadurch. Ne. Bei mir ist keine Flamme. Blöd. So eine Flamme ist bei mir auch nicht. Oh.